Äh, und was machst du jetzt so? Äh, der dunkle Lord will, dass ich jetzt die Prinzessin nach dem Versteck der Rebellen befrage. Die Prinzessin? Äh, ich werde mit ihr in dieser verdammt kleinen Zelle für Stunden festsitzen. Weißt du was, Rich? Äh, ich mach das schon für dich, du hattest einen langen Tag. Wovon sprichst du? Meine Schicht hat vor drei Minuten erst angefangen. Jaja, ich weiß, Raumschiffscheiß und so, cool, cool. Wow, 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 Prinzessin. So sieht man sich wieder. Wir haben uns noch nie getroffen. Nein, nein, doch, wir haben uns mal, äh, erinnerst du dich damals im Raumschiff, Dingsbumster? Wir haben Witze über deine Haare gemacht und deine magischen Augen. So, ähm, als Anführender von meiner Truppe werde ich dich nun befragen und ich werde die ganze Zeit in diesem Raum bleiben. Mit dir. Bevor die Befragung nicht zu Ende ist. Es ist in Mustafa. Was meinst du? Das Versteck ist in Mustafa. Also. Äh, ich werde nicht gehen. Wieso? Brauchst du eine Karte? Lass mich mein Verhör erst mal zu Ende machen, okay? Also ich frag dich jetzt diese Standard-Verhörungsfragen, die man immer in solchen Verhören stellt. Ähm, wie, wie geht's dir? Was für Musik hörst du am liebsten? Deine Augen sind wunderschön. Das ist nicht meine Frage. Deine Augen sind wunderschön? Das ist unheimlich? Ähm, das war eine rhetorische Frage? So funktionieren rhetorische Fragen aber nicht. Äh, ich bin derjenige, der hier rhetorische Fragen stellt. Nicht wirklich. Steht da überhaupt irgendwas? Ja. Hast du auch richtige Fragen? Äh, ähm, das Versteck, in dem sich die Rebellen aufhalten, ist, äh, ist wo? Okay, das war die erste Frage, nur irgendwie anders ausgedrückt. Du zwingst mich, den Verhör-Modus einzuschalten. Das ist meine Band. Das will doch keiner hören. Was ist das für ein Krach? Äh, nix, das Verhör läuft wunderbar, wie geschmiert. Wisst ihr was? Ich hab gelogen, okay? Die Rebellen sind in Alderaan. Kannst du ihn jetzt bitte rausschmeißen? Wow, gute Arbeit, Larry. Das ist Rekordzeit. Ja, das sagen sie immer zu mir. Ich bin einfach großartig. Ruf mich an. Was? Ruf mich an! Sie sind irgendwie scheiße. Von wem ist der Song? Äh, keine Ahnung.